Hallo, mein Name ist Christian Walter und nachdem ich mein Studium der Wirtschaftsmathematik abgeschlossen habe, habe ich meine Leidenschaft des Trading zum Beruf gemacht und mittlerweile mit meinem Team von TradeVola bieten wir nicht nur umfangreiche Seminare und Webinare an, sondern auch Plattformschulung und Plattform-Support. Heute möchte ich Ihnen mal ein paar Details zu unserem Seminar- und Webinarprogramm mit an die Hand geben und zwar bieten wir folgende Produkte an, zum einen Live-Trading und Trading-Setups, wo wir wöchentlich in einer Live-Session Ihnen verschiedenste Aktien- und Options-Setups aus dem US-Markt präsentieren und Sie auch die Möglichkeit haben, sich mit anderen Tradern auszutauschen, eigene Vorschläge mit uns zu diskutieren und dies in dem Newsletter dann am Ende auch noch einmal zusammengefasst bekommen, so wie du über einen Trading-Chat alle Details noch einmal in Ruhe nachlesen können. Das Zweite sind Optionshandel-Webinare, die Sie für Einsteiger, der jetzt komplett neu ist, im Optionshandel verwenden können, sowie auch Leute, die sich bereits mit dem Optionshandel beschäftigt haben und ihr Know-How oder ihr Wissen vertiefen möchten, bieten wir Optionshandel für Fortgeschrittene an und weiterhin gibt es noch Plattform-Schulungen im Bereich Trader-Workstation von Interactive Broker, sowie auch der TradeStation-Plattform und hier nicht nur die TradeStation Global, sondern auch die TradeStation Securities Plattform und all dies finden Sie hier auf der Webseite im unteren Bereich. WHOLE BANDCHE WANDEWIER